Ich biete einmal ein komplett kostenloses Coaching an. Hi, mein Name ist Bastian Diaz und auf meinem Kanal hier geht es um das Thema Geld verdienen und damit möglichst sinnvoll umzugehen und es sinnvoll zu nutzen. Und ich habe in der letzten Zeit, ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, meine Webseite veröffentlicht, meine erste Webseite unter dem Brand Bastian Diaz und ich habe eben auch hier damals schon gesagt, dass ich ein Coaching-Programm ins Leben gerufen habe, das versucht, euch so gut es geht, so kostengünstig mit dem größten Kosten-Nutzen-Faktor zu helfen. Ihr seht es hier, ich habe mich dazu entschieden, ein Stundenbasis-Coaching aufzubauen. Nicht, dass ihr jetzt tausende von Euro auf einmal zahlen müsst, sondern dass ihr wirklich nur das, was ihr auch braucht, wirklich abgerechnet bekommt. Und das ist etwas, wo ich einfach versuchen möchte, euch so gut es geht entgegenzukommen und heute habe ich eine Aktion für euch und zwar verlose ich unter den Leuten, die sich heute darauf melden, die mit mir jetzt Kontakt aufnehmen, ein kostenloses Coaching und zwar das hier rechts. Ja, das 6-Stunden-Coaching, was normalerweise 499 Euro kostet, das werde ich einmal komplett kostenlos an jemanden verteilen. Das heißt, wir werden 6 Stunden lang komplett kostenlos miteinander ins Coaching reingehen. Das muss nicht an einem Stück sein, das kann auf 6 Tage im Prinzip verteilt sein, auf mehrere Wochen, wie auch immer. Und das ist eben mein Angebot, deswegen einmal hier, wenn ihr schnell genug seid, dann werde ich euch quasi dann auslosen und dann werde ich mit dem hier den Kontakt aufnehmen, der das Ganze gemacht hat. Deswegen, ich verlose, wie gesagt, einmal hier ein komplett kostenloses 6-Stunden-Coaching mit mir. Wobei, kann ich dabei helfen, das seht ihr eben auch hier auf meiner Webseite, bei baste-dears.de slash coaching, das könnt ihr mal unten drauf gucken. Aber ich kann euch eben dabei helfen, wenn ihr sagt, okay, ich bin ganz am Anfang, ich möchte erstmal anfangen. Ich brauche ein Unternehmen, ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Unternehmen ich gründen muss, welche Gewerbeform, was steuerlich auf mich zukommt, was halt auch rechtlich, versicherungstechnisch auf mich zukommt. Das weiß ich alles. Ich habe mehrere Agenturen gegründet, mehrere Unternehmen schon gemacht. Ich weiß alles ganz genau, wie das funktioniert. Kann ich euch gerne, gerne alles zeigen. Geld verdienen im Internet. Das ist das natürlich, wo ich auf meinem Kanal hier komplett drüber rede. Ich kann euch dabei helfen, wenn ihr viel Marketing, weil ich was aufbauen möchte, wenn ihr als Freelancer starten möchtet. Ja, ich bin selbst als Freelancer mal gestartet, über content.de, Texte schreiben und so weiter. Mittlerweile dann bis hin zum Agenturgründung. Und wie gesagt, da habe ich jetzt mehrere Agenturmodelle, die ich mittlerweile gegründet habe. Das ist also etwas, was ich sehr, sehr gut kann. Blogging, Texte schreiben, das habe ich immer wieder gemacht. Mit Texten schreiben habe ich meine ersten Gelder verdient. Und das ist nach wie vor eine der besten Dienstleistungen, die wir anbieten können. Und Blogging selber ist für dich eine tolle Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und generell, wenn ihr sagt, ich möchte irgendeine digitale Dienstleistung, generell irgendwie Geld im Internet verdienen und ich kann dir dabei helfen, dann bin ich eben da genau der richtige Ansprechpartner für. Genau das Gleiche gilt natürlich für das Thema Agenturgründen. Wie schon eben gesagt, ich habe mehrere Agenturmodelle gegründet, die nach wie vor auch da funktionieren und laufen. Ich bin nach wie vor dort Geschäftsführer. Ich bin nach wie vor dort auch tätig im operativen Geschäft. Das heißt, ich kann dir da perfekt zeigen, wie es darauf ankommt, wie man eine Agentur gründet, mit welchem Agenturmodell man reingeht, wie man dort Kunden gewinnt, mit das Ganze skaliert und wie man damit eben sehr, sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld verdienen kann. Und das habe ich eben schon erwähnt. Mit Texten habe ich nun mal für mich die besten Erfahrungen gemacht, was Geldverdienen angeht. Ganz am Anfang als Freelancer, als kleiner Copywriter und natürlich dann eben mit SEO, mit eigenen Blogs aufbauen und irgendwann immer mehr Geld verdienen. Das sind die Themen, bei denen ich dir helfen kann. Gerne auch noch bei ein paar anderen Themen mehr. Ob ich dir dabei helfen kann bei deinem Thema, das weiß ich noch nicht. Wenn du noch etwas anderes hast außer dieser Liste, dann nimm einfach mal Kontakt zu mir auf. Und zwar machst du das eben hier oben auf. Geh, klick einfach auf Kontakt drauf. Und dann siehst du einfach meine E-Mail-Adresse. Das ist nämlich die kontakt-at-bastian-deers.de. Dort einfach bitte schreiben, auch wenn ihr euch dann eben jetzt für dieses kostenlose Coaching interessiert. Schreibt mir eine E-Mail an kontakt-at-bastian-deers.de und sagt, ich hätte gerne dieses kostenlose 6-Stunden-Coaching. Sagt mir vielleicht ein bisschen, was euer Thema ist, was ihr gerne hättet, was wir besprechen sollen. Und wenn es, wie gesagt, ein exotisches Thema ist, was jetzt nicht in der Liste drin war, dann werde ich euch ja ganz ehrlich sagen, ob ich euch dabei helfen kann oder nicht. Weil wenn ich euch dabei nicht helfen kann, dann ist auch ein kostenloses Coaching sinnlos. Dann geht lieber zu jemand anderem. Aber wenn ich euch dabei helfen kann und ich das so sinnvoll erachte, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Deswegen einmal 6-Stunden-Coaching, komplett kostenlos. Die 6-Stunden könnt ihr verteilen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr darauf Lust habt und Bock habt, dann schreibt mir mal auf kontakt-at-bastian-deers.de und dann werde ich einen von euch dann eben auslosen. Und dann starten wir das Projekt und dann freue ich mich drauf, dich kennenzulernen und dass wir da mal dir dabei helfen, dein Business entweder aufzubauen oder auszubauen, je nachdem, an welchem Punkt du gerade bist.